Drei mögliche Transfers für Borussia Dortmund, um nächstes Jahr die Meisterschaft anzugreifen. Spieler Nummer 1, Denis Zakaria. Matcher hat man bereits verpflichtet von Edson Alvarez, nimmt man wohl Abstand, aber meiner Meinung nach braucht es noch einen Verbindungsspieler zwischen dem defensiven Emre Can und dem offensiveren Brandt oder Matcher. Spieler Nummer 2, Pavlidis von AZ Alkmaar. Meiner Meinung nach sollte man Moukoko mal ein Jahr verleihen, ihm einfach mal Einsatzzeit geben und ihn auch ein bisschen aus dem Rampenlicht bei Dortmund bringen. Und dann braucht man einen zweiten Stürmer und das ist meiner Meinung nach Pavlidis. Richtig guter Mann, hat schon eine Vergangenheit bei Dortmund gehabt, auch wenn es nur ganz kurz war und hat richtig gute Leistungen in Holland gezeigt. Und der letzte Spieler ist Yuki Nari Sugawara, auch von AZ Alkmaar mit Japanern, haben die Dortmunder ja in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht. Und sie brauchen einen Rechtsverteidiger, Fresneda ist wohl zu teuer. Er wäre relativ verschwinglich, aber hat auch richtig was drauf.